Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ich jetzt an meiner Seite Kardinal Miloslav Filk begrüßen darf. Er hat heute Nachmittag schon sein persönliches Lebenszeugnis erzählt. Also falls ihr das versäumt habt, ich denke in den Archiven findet ihr das noch. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Er war damals noch in der Tschechoslowakei Priester, später Bischof. Er hat echt unter Verfolgung gelitten durch den Kommunismus und ist echt ein wirklicher Zeuge Christi. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist und bereit ist, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herr Kardinal, meine erste Frage wäre, wie ist denn so Ihr Eindruck von dieser Konferenz? Wie gefällt es Ihnen denn bisher? Ich habe mich zum ersten Mal an einer solchen Konferenz beteiligt. Ich kannte diese Bewegung noch nicht. Und ich spüre, oder ich habe einen Eindruck, einen starken Eindruck erlebt, so viele Leute aus verschiedenen Ecken Europas. Und besonders die jungen Leute, das hat mich sehr beeindruckt. Aber auch das Inhalt, das bedeutet eine tiefe, direkte Beziehung zu Gott. Und dass man davon auch sprechen kann. Weil es scheint mir, dass heute manchmal die Leute nicht von seiner Beziehung zu Gott sprechen. Und jedes solches Zeugnis war sehr wichtig für die anderen. Also ich habe gespürt, dass es eine tiefe, starke Sache ist. Schön. Sie waren ja viele Jahre Erzbischof in Prag, ein vielbeschäftigter Mann. Welche Rolle hat denn Gebet oder spielt jetzt auch noch Gebet in Ihrem Alltag, in Ihrem persönlichen Leben? Ich bin jetzt in der Pension und ich spüre, dass ich dem Gebet mehr Platz geben kann. Weil, wenn ich zurückschaue, muss ich gestehen, dass die Aufgaben haben, ein wenig das Gebet unverbrückt. Und jetzt versuche ich mehr Platz dem Gebet zu geben. Und zum Beispiel auch beim Breviergebet. Ich denke, ich habe versprochen meinen Freunden, dass ich im Gebet an sie denke, dass ich für sie beten werde. Und ob zwar ich meistens alleine das Brevier bete. Am Ende jeder Hora mache ich ein Segen. Und ich segne sehr oft, mehrmals, also am Tage. Das ist meine Beziehung im Gebet zu meinen Freunden und zu den anderen. Und ich spüre, dass man besonders am Anfang des Tages bete ich zum Heiligen Geist. Weil es scheint mir, dass wir den Heiligen Geist vernachlässigen. Und doch, der Heilige Geist ist Akteur aller göttlichen Taten. Also ich orientiere mich mehr an das Gebet zum Heiligen Geist. Herr Kardinal, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und die Zeit sich genommen haben. Bleiben Sie noch länger hier? Nein, ich muss zurückkehren, weil übermorgen beginne ich die Exerzitien mit der Jugend in den Meeren, in einem karianischen Bürgerort. Schön, dass Sie hier waren. Und vielleicht schlägt Sie der Weg ja wieder mal hierher, wer weiß. Vielen Dank, Herr Kardinal. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.